Die Polizei macht heute einen illegalen Autotransport, angeblich soll ein 50-Millionen-Dollar-Auto ins Gefängnis gefahren werden. Ich hab keine Ahnung warum. Oh mein Gott, dahinten kommt schon was. Ich guck mir das genauer mal an im Fernglas. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn da für ein Auto? Und guck mal, die Polizei fährt hier richtig mit so'n Spotbahn. Das sieht richtig krass aus. Okay, wir müssen jetzt wirklich schnell sein. Und gleich ist es soweit. Und jetzt muss er raufspringen. Wow! Okay, Leute, guck mal, ich bin jetzt hier vorne drauf, Alter, der Lkw fährt. Alle auf dem Weg, Fahrzeugtransport. Die werden jetzt da mit ins Hochsicherheitsgefängnis fahren. Irgendwie müssen wir das Auto bekommen. Oh mein Gott, jetzt geht's hier ins Gefängnis rein. Ich glaub, das ist keine gute Idee. Leute, wir müssen den Polizisten jetzt ausschalten, bevor er weiter reinfährt. Pop, 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 pop. Oh! So, ich hab ihn ausgeschaltet. Jetzt schnell ins Auto rein. Ich dürfte keiner sehen, ich dürfte keiner sehen. Okay, wir sind drin. Krank ist das Auto, Leute. Und wir haben's geschafft. Let's go! Entnehmen! Entnehmen! So, ich liebe dich lionels. Das Leute, ichoro vom tick padre樹 ausemp 호f